Wo kommst du her? Grünen sie dich. Wie geht es dir? Ja, der Kloa Brahe ist auch dabei. Besser als wir. Guckt sie nicht. Guck mal, meine kleine Mann. Helmut, wirst du nur gelassen hässlich kommen? Ja. Heute? Los, wenn es reißt. Heute nicht. Wenn es reißt, dann reißt du nicht. Solange es ein Heifer hat, dann reißt du nicht. So oder vier? Nö, so? So. Siehst du den Papa? Scheißdreck, was die wollen. Scheißdreck. Siehst du? Siehst du? Jetzt hast du deinen Papa. Morgen. Ist der schon groß? Ist der schon groß? Und wie der Papa. Immer die Zunge herrecken. Verlaub mir. Ich bin gerne wieder da. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hast du alles gesuffen? Hast du ihm nichts gegeben? Sprit. Alles klar. Ja. 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 Wollt ihr den Bruder sein Auto? Markus Auto! Wo ist der Markus Auto? Markus Auto! Nein! Was ist denn da? Warte, du bleibst auf! Oder die Akku da? Verbaut bis 1800 Kubik! Auf der Bahn die 72 Jose Siegel Dann haben wir SRE gestartet Dann haben wir die 116er Santa Riga Jepersdorf Dann haben wir die 184 Der Patrick Hopf vom Kürras 70 Der Josef Nüberhauer Von den Dibble Drivers Die 118er Tizian Trost Die 417er Der Markenkurs Götzfried vom SCC Grüntal Das Fahrzeug Dann haben wir die 272 Mit dem Fahrer 258 Sind das der Nacht an SRE gestanden Dann haben wir die 121er und 121er Das ist der T-Programm Städte von den Dibble Drivers 259 Dann ist der Tobias Holzer in SRE eingestanden 416 Der Johannes Götzfried vom SCC Grüntal Dann haben wir noch den 274 Der BKS Siegel vom SLR eingestanden Das ist der WMG 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 Wir sperren den Ausfahrt Sicherheitsteiger der Streckenbust Sicherheitsteiger Wir sind der WMG Und Ich Siegerig Wir gehen mit dem Streckenbust Das ist der WMG 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 Solche Anfänger Blas grandes WMG 111 122 Rädenstopp, 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 die Bahn ist rot, alle Räden stehen stille. So, bei der letzten Tour fährt in die Runde 4 bereits die 271 vom SRN gestartet, dann eine Runde zurück, die 184 Paprik ab, 250, Tobias Holzer auf 3, auf 4, die 16, Johannes Rützfried, Platz 5, die 118, den sehr trost, Platz 6, die 272, Sebastian der Nachbarn. Rädenstopp, Rädenstopp. Rädenstopp. Rädenstopp, 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 Rädenstopp. Untertitelung. BR 2018 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 Hallo Amy. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Wie ist denn jetzt der Markus gefahren? Ist er schnell gefahren oder laut? Schnell und laut. Schnell und laut. Und der Johannes? Haut. Auch? Und wer war der Bessere? Der... Der Blaue. Der Blaue war der Bessere. Der Johannes. Du, da kannst du recht haben, der Johannes, glaube ich, war blau. Ja. Ja.